So tun, damit man den Glügel sieht? Was machst du denn? Eine Jugendliche von mir hat gesagt, hier ist mein Cup-Video. Cup-Fail! Aufdruck. Weil ich immer Kinder, ne? Stay in school. Stay in school, du kommst mit Bayern raus. Du musst eine Cup-Video. Genau. Du machst nicht Two-Guides-One-Cup. Immer Two-Guides-Two-Cup. Ganz wichtig. Zählst du eine oder? Nein? 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 Jetzt wegen die Abmischensehen. Nein? Dann machst du eigentlich sein Verkehr? Ich komme klar! So, jetzt hier nochmal mit Concentration. Mit Continuum. Ich hab so nicht abgelehnt. Eins, zwei, drei, vier. Du merkst, du kannst dir gleich angucken. Wenn du normal bist, bist du in dem Vorspann, machst du die Pause. Und wenn du anfingst, du singst, machst du keine Pause mehr. Oh, das ist so cool. Vielleicht machen wir auch einfach Game-Cup-Video. Was? Hier ist jetzt schon Schmutter drin. Was sieht man denn? Das ist mein Zahnputzbecher. Der ist in einer Abwäsche. Hattest du mit Zähne. Da hängt sowas mal draus. Guck mal, Licht geht aus. Ja. Können wir jetzt so weit? Also, irgendwer so weit. Zähne. 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 Ich fand das gut. Zähne. 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 Zähne.